ja unser platz ist schön aufgeräumt ostern kann kommen alle fahrzeuge sind raus bis auf 1 da hole ich euch dann gleich noch in die werkstatt aber ihr seht nichts mehr los alles ist abgeholt und weg ja ich bin ganz glücklich darüber damit man alles geschafft haben kein schönes bild ich bin ganz glücklich darüber dass man alles geschafft haben weil es war ja schon verrückt die zeit weil man ja jetzt drehe ich euch mal um weil man ja technische ausfälle hatten also sprich ein kranken der setzt schon seit längere zeit ich glaube drei wochen fehlt er jetzt schon 23 wochen dann natürlich urlaubszeit und so weiter und somit kommt natürlich immer eins zum andern und dann werden die termine knapp ist natürlich alles eingeplant und dann wird es wild aber wir haben es geschafft alles ist durch und was möchte ich euch in diesem video aber mitteilen beziehungsweise zeigen zum einen den kastenwagen den wir fertig gemacht haben in der werkstatt dem neu verbaut haben neue akkus verpackt haben und wie eng und verrückt dass da drin alles war das zeige ich euch und zum zweiten teil ein neues projekt was schon hinter mir glänzt und da möchte ich euch auf alle fälle teilhaben lassen ganz intensiv und wenn euch das interessiert dann einfach dranbleiben wir gehen jetzt in die werkstatt so hier ein kleines fortschritts video nur mal zur darstellung wie komplex das eigentlich ist immer wieder zu dem gleichen thema batterien eins zu eins austauschen also zum einem haben wir hier die gleiche abmessung von den batterien doch wir haben hier natürlich lithium batterien und dazu haben wir einen anderen querschnitt für die verbinder gewählt einfach ein bisschen gleich einen höheren querschnitt weil wenn der kunde dann irgendwann vielleicht mal ein wechselrichter nachrüstet oder sonst was damit natürlich die gewährschnitte auch gleich gut dimensioniert sind damit es sauber passt von der stromentnahme her und somit haben wir dann noch den einbau eines batteriecomputers das heißt hiervon haben wir jetzt schönes brett angeordnet ihr seht wie das jetzt hier vorne ausschaut also ganz anders weil wir hier jetzt einfach dann dementsprechend sauber anordnen wollen hier haben wir schöne busbar hergelegt also sprich einen schönen masseverteiler hier unseren shunt wo wir dann hier gleich mit rüber gehen können und dann kommt der deckel hier sauber drauf dass hier nichts mehr anbrennen kann gleichzeitig haben wir hier wieder die sicherungen verbaut die schon vorhanden waren der hauptschalter ist auch wieder da bloß ihr seht das ist natürlich schon echt ein riesen komplexes teil und die ganzen kabel wo hier alle im vorfeld ihr ja gesehen habt die sind jetzt alle schön versteckt und im inneren oder beziehungsweise teilweise da drin hier haben wir die solarsicherung die von der seite da drüben kommt auch das haben wir ja schon gesehen und hier haben wir dann die booster sicherung also sprich sensorleitung entsprechend hier auf der seite haben wir dann unsere temperatursensoren batterie und lichtmaschine und hier gehen dann die ganzen kabel für den booster rein das einzige was jetzt noch gemacht wird ist der taster wird nur nach außen gelegt damit dann auch später der booster richtig bedient werden kann also sprich dieser rapide knopf wenn das mal von nöten ist also ihr seht das ist schon immer ein ganz schöner aufwand wir müssen die brettchen hier formen damit die sauber reinpassen die ganzen sachen auflegen die kabel richtig legen alles richtig krimpen ab isolieren und so weiter also da steckt schon immer richtig action dahinter damit es sauber und ordentlich passt und damit es alles auch sauber funktioniert wir haben uns angewöhnt immer lieber ein bisschen langsamer machen alles schön sauber zu machen schön ordentlich zu machen damit man natürlich dementsprechend auch wieder durchblickt wenn auch mal nach uns jemand ran muss und das ganze thema dann aufrüsten will oder wie auch immer muss ja ein fachbetrieb muss auch immer sauber und ordentlich und vor allen dingen sicher arbeiten das ist das oberste gebot ja ich mache hier wieder weiter ich hole euch wieder dazu wenn er fertig ist kurz vorm finale und da machen wir jetzt mal einen kleinen sprung und schauen uns das dann an wenn es fertig ist so hier sind wir jetzt beim fortschritt von unserem kastenwagen hier schaut es jetzt folgendermaßen aus wir haben jetzt hier alles fertig verkabelt bitte nicht wundern hier haben wir noch ein kabel liegen das wird noch sauber am rand verlegt das wird der taster für unseren rapid weil wir haben wir den booster hier hinten verbaut somit kommen wir nicht mehr an den taster hier ran den legen wir jetzt hier außen hin und machen dann hier seitlich in die verkleidung rein und der blaue das ist der minus von unserem batteriecomputer hier haben wir die schleife dafür für unseren batteriecomputer der ist dann oben der muss nur noch eingepasst werden hier war der kunde noch solartasche anschließen auch das ist möglich hier sind wieder seine sicherungen hier haben wir unsere saubere verteilung liegen masse verteilung die kabel sind alle sauber verlegt und hier hinten haben wir jetzt wieder unseren booster den haben wir hier angeschlossen und da stört er überhaupt nicht kriegt gut luft und passt alles und schaut ordentlich und sauber aus ja das auto hat natürlich wieder eine kleine besonderheit und dazu laufe mit euch jetzt mal rum und möchte euch hier auch wieder sagen das ist das fahrzeug ein neuer fiat ducato ja und ich weiß nicht warum die immer diese probleme haben mit der lichtmaschine ich habe vorhin wieder eingeschalten und wir haben wieder das problem gehabt 12,3 volt und nix läuft da läuft kein booster da läuft gar nichts und wenn wir jetzt mal die statter batterie angucken die hat aktuell ist die nimmer wirklich gut beieinander klar weil die immer nur mit 12,1 12,3 geladen wird ich werde jetzt allein bloß die zündung an mache ich habe jetzt hier ein kleines voltmeter eingebaut dann sehen wir schon hier sind wir aktuell gerade mal bei 11,8 volt ich weiß nicht ob ihr seht und das ist schon scheiße wir haben jetzt hier auch unser kleines geheimnis gemacht also unseren kleinen taster kleinen moment so jetzt wir haben jetzt wieder die zündung drin und jetzt schauen wir mal auf das voltmeter was er macht zack zack der springt sofort auf 13 4 13 5 und das ist genau das was man auch brauchen damit unsere lichtmaschine lädt ja hier haben wir eben das kleine problem mit unserem intelligenten lichtmaschine wir haben jetzt hier einen taster verbaut mit dem taster kann der kunde während des laufenden motor kurz drücken wenn hier die voltzahl wieder abfällt und dann ist er auch wieder safe und dann funktioniert auch wieder alles leider können wir es nicht anders machen durch die intelligente lichtmaschine beim fiat ducato komischerweise auch wirklich nur also ich habe das problem oder das phänomen und ich glaube der götz auch nur bei fiat also ich weiß nicht warum die sich so komisch anstellen oder warum die so doof sind um das so zu machen vor allen dingen was ich überhaupt nicht verstehe also was ja wirklich erwiesen ist die starter batterie die geht ratzfatz kaputt also ich habe gerade vorhin den den booster angeschlossen dann hat der rapidscher wieder gearbeitet klar weil da ist ja nichts drin also der hält die maximal auf 12 4 12 3 12 2 also ich will nicht wissen wie lange die das macht einmal einen scharfen winter dann ist das ding auch schon wieder hinüber also nicht wirklich lustig ja hier haben wir jetzt unseren computer da haben wir gerade noch programmiert und ich mache jetzt noch ein paar kleinigkeiten sitz drauf und endkontrolle und ein bisschen schick und dann wirst du das auto auch schon wieder durch so schnell geht es und bleibt dran dann schauen wir uns gleich das nächste das gleiche haben wir hier bei dem detlefs ihr seht wie jetzt dieser kasten ausschaut auch hier haben wir wieder die zwei verteiler reingemacht wir haben einen kabelkanal mit ich reingezogen und die kabel mal alle neu komplett durchsortiert damit es sauber und ordentlich ist und jetzt bauen wir hier noch in dieses kästchen dann diesen booster rein ihr seht schon das haben wir schon sauber vorbereitet mit einem winkel damit er dann sauber drin steht und auch hier dann ordentlich und sauber bedient werden kann die kabel die liegen auch schon fast alle drin und auch ihr hole euch wieder dazu wenn er dann letztlich hoppla wenn er dann letztlich gar verbaut ist und da schauen wir uns das dann noch mal genau an wie das dann da drin ist weil jetzt haben wir nirgends mehr licht aber das ist auch gar nicht mehr so interessant ich wollte euch nur mal kurz zeigen wie wir innen den kasten aufgeräumt haben die kabel neu sortiert haben ordnung gemacht haben weil das halt einfach eine ganz andere nummer ist wenn das schön aufgeräumt und schön sauber ist ein liner wir haben hier stehen einen concorde also ich bin richtig geflasht muss ich wirklich sagen ganz tolles auto ich bin ja auch concorde fan muss ich neidlos zu geben also das ist einfach so die liner fraktion ist jetzt nicht so meins aber der cruiser zum beispiel der fällt mir schon sehr sehr gut und das ist halt ein auto riesig also das ist schon richtig richtig cooles teil ja und da möchte ich euch jetzt mal mitteilen was wir hier alles verbauen wie wir hier anfangen und was das fahrzeug alles kriegt ich krieg den gar nicht richtig da drauf also er hat ja wirklich gerade so hier in die werkstatt reingepasst also richtig cool und ja da schauen wir uns das ganze jetzt einmal an miteinander was wir hier machen so jetzt befinden wir uns im fahrzeug und natürlich standesgemäß wie sich das gehört bei so einem fahrzeug laufen wir hier nicht mit schuhen rum das ist ganz wichtig ist natürlich alles ganz toll schöner boden schöner tisch da muss man natürlich schon aufpassen ist ein älteres modell hier auf man basis ganz tolle geschichte ganz tolles fahrzeug muss ich einfach sagen man ein super auto kann man nicht meckern also echter tolle sache wir fangen hier an indem er einfach den innenraum so bissl ich will nicht sagen auf hübschen aber elektrischerseits ein bisschen ausstatten weil trotz concord ist hier halt alles sehr sporadisch mit usb steckdosen ladedosen und so weiter und das ist genau das was wir jetzt machen wir haben jetzt hier mit dem kunden die rosa zettel hingemacht überall haben das alles durchgesprochen hier kommen auch usb steckdosen hin da sieht man es da wissen wir noch nicht ob wir es jetzt da hinten hin machen oder vorne hin machen das werden wir dann sehen wie es am besten funktioniert nur wir müssen hier unbedingt einfach mehr dosen setzen damit der kunde überall wo er sitzt auch die möglichkeit hat sein tablet sein sein handy was auch immer zu laden da unten unterm tisch kommt auch eins hin da haben wir auch ein zettel hin klebt so haben wir hier an dem tisch round on the table drei möglichkeiten an jedem eck sein handy oder seine usb dose oder sein tablet dann halt in eine usb dose zu laden wir setzen dann gleich doppeldosen hier verbauen wir dann auch gleichzeitig noch eine hupe damit das fahrzeug ja anständig wie hupe hat so ein lkw horn weil man hat da jetzt nicht wirklich so die prickelnde hupe drum haben wir das dementsprechend hier noch wo man dann eine schöne saubere hupe haben hier machen wir ein max van rein der alte ventilator alt vorsichtig sein der ventilator kommt raus wir machen dann auch hier den rand ein bisschen sauber und dann wird der max van da eingesetzt für den küchenbereich natürlich ideal weil man den auch im regen einsetzen kann und dann gehen wir hinter durch in den schlafbereich weil auch da klebt der rosa zettel da kommt der nächste max van rein so haben wir dann zwei max van in dem fahrzeug verbaut einmal für den schlafbereich in dunklerer haube und dann im küchenbereich mit heller haube und so wird es dann dementsprechend aufgehübscht das ganze und gut für durchlüftung gesorgt weil das dann echt eine tolle sache ist ja dann gehen wir hinten noch in den schlafbereich genau da auch noch ein rosa zettel da kommt auch eine usb steckdose hin weil wir auch hier die möglichkeit bieten wollen damit man im bett mal wenn man liest sei es ein kindle oder was auch immer zum laden berat hält und eben dementsprechend aufladen kann ja hier sind wir jetzt jetzt muss ich echt mal licht machen hier sind wir jetzt im badezimmerbereich das ist schon richtig geil also wenn man mal guckt was hier im badebereich abgeht wie schön großzügig und top das ist also das ist schon echt der hammer also ich bin da jedes mal voll geflasht so dusche habe ich daheim nicht also natürlich aber alles sehr edel ein heizkörper für handtücher auch sehr edel dann toilette aus porzellan also das ist top also kann man echt nicht meckern und hier natürlich überall türen zum zumachen hier hat man eine tür zum zumachen schlafbereich separat natürlich auch den wohnbereich das badezimmer separat also das ist schon echt toll muss man sagen also das naja müssen wir nur ein bisschen sparen weiter im text ja dann sind wir hier natürlich fertig im wohnbereich dann haben wir hier alles so groß und ganzen durch gestattet und sind hier richtig fit alles ist dann groß erledigt hier müssen wir die seite noch ausmessen weil ihr seht hier ist ein bisschen mit fett verspritzt da lassen wir uns was einfallen eine neue glasplatte neu einsilikonieren das machen wir aber noch nicht jetzt das werden wir erst im zweiten step machen weil alles schaffen wir natürlich nicht in der zeit wo das fahrzeug bei uns steht weil jetzt gehen wir mal nach hinten da passiert nämlich auch noch ich habe jetzt hier die decke schon mal aufgemacht so schaut das fahrzeug von hinten aus riesengroße garage natürlich ganz klar Außendusche alles da hier haben wir die große Verteilung ich gehe jetzt mal hier rein hier haben wir die riesengroße Verteilung und hier bauen wir komplett um warum weil er einmal hier unten hat er zwei akkus drin sind glaube ich gelakkus und einen Mastervolt Wechselrichter das Zeug fliegt alles raus könnt ihr euch ja vorstellen was wir hier rein bauen wir verbauen hier zweimal 200 Amperestunden Lithium mit der Option auf 600 Amperestunden zu erweitern und wir verbauen hier eine WCS Kombi die große 3.000 schrägstrich 200 damit man anständigen Ladestrom haben und das Fahrzeug natürlich gebührend anständig Power hat als nächstes nehmen wir uns die Ecke hier vor weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen finde ich nicht schön also was finde ich nicht schön das ist zum einen die Anordnung der Regler weil die hier so so ja mit den Kabeln so an der Wand hängen finde ich hätte man ein bisschen schöner lösen können als die da an der Stelle zu platzieren und als nächstes finde ich gefällt mir jetzt nicht unbedingt wie die verkabelt sind aber das muss man nochmal genauer angucken ob das denn wirklich so ist wie ich mir das gerade hier vorstellt das weiß ich jetzt noch nicht habe noch nichts ausgemacht aber so wie es ausschaut gehen die Solarregler alle hier rüber und gehen wupp hier rein und das ist natürlich wieder so für mich aber wie gesagt ich muss erst gucken ich muss erst aufschrauben ich will da nichts behaupten oder nichts sagen aber das ist auch egal jedenfalls die Regler die fliegen auch alle drei raus hier machen wir vernünftige Solarregler von WCS rein damit das alles ein Ding ist damit das alles ein Guss ist natürlich auch die ganze andere Geschichte was alles kommt da muss ich dann nochmal nur auf den Zettel schauen was er noch alles kriegt und dann wird das hier alles neu gestaltet unter anderem auch eben hier der Master Volt und die Lithium Akkus damit das alles ja ein bisschen ein Bild kriegt und ein bisschen schöner ist schöner nicht aber halt mit mehr Power mit mehr Autarkie und mehr Leistung weil das Fahrzeug hat natürlich jede Menge Power auch schon auf dem Dach muss man auch ganz sagen dann kriegt er auch noch das stimmt einen Ladebooster von WCS der ist auch noch da mit einem anständigen Hauptschalter den verbauen wir hier auch noch also da geht richtig was durch und jetzt nehme ich euch einmal noch mit aufs Dach da ist nämlich schon etliches passiert hier haben wir nämlich hier haben wir ein paar Zellen muss man ganz klar sagen also das sind neun Stück eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun wo hier verbaut sind ähm ja schaut alles toll aus super gemacht kann man nicht meckern schaut richtig klasse aus äh die bleiben natürlich auch ganz klar die sind ja noch top also die schauen auch so aus als ob sie noch nicht wirklich lang drauf wären und äh die ja nutzt man natürlich aus sind funktionell äh kann man gar nicht meckern und damit die eben sauber laufen müssen wir mal gucken damit die wie die unten verschalten sind und wie die dann letztlich zusammengeführt sind um dass wir da richtig groß Power rausbringen hoppala und die dann richtig anordnen müssen wir mal schauen wie wir das dann da hinten verschalten ja äh das ist unser nächstes Projekt also da haben wir ein bisschen was vor und naja da freuen wir uns drauf da sind wir schon richtig gespannt wie das dann letztlich ausschaut wenn es fertig ist ich glaube dass das eine richtig tolle Geschichte wird unter anderem kriegt er dann noch eine UVC Desinfektions Desinfektionsanlage äh damit eben einfach die die ja das Wasser desinfiziert wird äh und dann kriegen wir noch LED Rückfahrscheinwerfer dementsprechend und eine Rückfahrkamera noch zusätzlich für den Abwassertank also da haben wir jede Menge vor bei dem Auto und wie gesagt da nehme ich euch natürlich immer wieder mit wird eine bestimmt ganz interessante Sache ja der Liner ist schon eine tolle Sache da freue ich mich richtig drauf also das wird schönes Fahrzeug werden den werden wir richtig schön herrichten und da freuen wir uns schon richtig auf die Aufgabenstellungen und ähm ja das wird eine tolle Sache und da sind wir schon richtig gespannt drauf ähm genauso wenn wir nächste Woche haben wir dann noch ein paar andere Kleinigkeiten an Projekten die dann auch noch dazu kommen ich hoffe natürlich dass wir nächste Woche wieder die volle Mannschaft sind und äh dann geht es ja wieder richtig zur Sache und dann haben wir auch wieder richtig Power ja ich wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Osterfest von unserer Seite von MIGA Caravan und dem gesamten Team ganz ganz lieben Dank für eure Treue für euer immer wieder einschalten in unserem Kanal genauso wie für euer Vertrauen was in uns gesetzt wird wir versuchen uns wöchentlich täglich stündlich noch weiter zu entwickeln um euch noch bessere Gefühle zu geben wenn ihr hier bei uns seid ähm natürlich auch alles unter äh wie soll ich sagen wir sind natürlich auch alles nur Menschen und natürlich ist auch bei uns mal ein Fehler äh drin oder sonst irgendwas wichtig finde ich nur ist wie geht man dann mit die Fehler um äh wir schieben keinen Fehler auf die lange Bank letztlich das ist das allerwichtigste äh wir gucken dass wir alles immer wieder zügig abarbeiten und wenn mal eine Reklamation ist damit es auch sofort erledigt wird und damit wir uns darum kümmern das ist ganz wichtig und ähm das ist das Mindeste was man dann tun kann und ähm keiner von unserer Kunden bleibt mit seinem äh Problem allein wir werden immer wieder versuchen natürlich da zu sein für alles was da ansteht und ähm ähm jedenfalls an euch ein ganz ganz großes Dankeschön äh ohne euch wäre das alles nicht so machbar und nicht möglich und äh das finde ich mega mega toll und äh macht mich auch immer wieder ich wollte nicht sagen berührt aber ja auch doch das berührt mich schon immer wieder weil es ist alles nicht selbstverständlich und natürlich ich hab's grad schon mal gesagt wünschen wir euch ein wunderschönes Osterfest äh ich will jetzt nicht wieder sagen trotz der Umstände aber es bleibt mir nichts anderes übrig weil Ukraine da ist es nicht grad so toll Ostern und das wird bestimmt alles bloß kein tolles Osterfest aber versucht die Tage so ein bisschen den Kopf freizukriegen zu kriegen zu genießen mal ein bisschen abzuschalten vielleicht spielt ja das Meta in einer oder anderen Ecke in Deutschland doch ein bisschen mit dass auch das äh äh so so ein bisschen die Laune hebt jetzt aktuell ist es ja ganz annehmbar die Temperaturen äh ich glaube heute morgen soll es wieder ein bisschen regnen aber gut das ist halt dann so ähm wir wünschen euch eben alles alles Gute schöne Feiertage genießt es ein bisschen und äh für die die in Urlaub fahren natürlich einen mega schönen Urlaub äh auch da genießt's und äh macht das Beste draus das ist uns ganz ganz wichtig und für euch natürlich auch und äh ja dann kann ich nur immer wieder sagen tackert in die Kommentare was sagt ihr zu dem schönen Liner äh äh zu solche Umbauten ähm ich freue mich immer auf Anregungen von euch das ist auch eine ganz tolle Geschichte und die Interaktion ist auch echt mega vielen Dank auch dafür und jetzt höre ich auch schon mit meinem Gelaber auf weil sonst wird es hier noch ein Tankesfest und lasse euch in Ruhe und in Ruhe Ostern feiern also bis zum nächsten Video dann kommt wieder mal ein bisschen was vom Solartest wie es da ausguckt äh wie es da weitergeht und ausschaut auch habe ich glaube eine Solartasche die immer noch mit dazu hängen mal gucken wie das klappt ähm und ich sage bleibt gesund passt auf euch auf ganz ganz wichtig über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wie auch wenn ihr den Abo Button drückt und ähm ganz verrückte drücken noch dazu die Glocke dass wir wirklich gar kein Video mehr verpassen von uns weil es werden immer wieder tolle und interessante Sachen auftauchen hier also bis zum nächsten Video ganz lieben Dank schön dass ihr dabei wart und frohe Ostern bis bald ciao ciao